Musik Hallo und herzlich willkommen zu unserem ersten Update. Hallo, auch von mir. Wir sind heute das allererste Mal mit Urelie hier in der Halle und wollen dir ein paar kleine Kinderlisse am Boden zeigen. Die Urelie hat einfach immer noch super viel Angst vor Menschen. Deswegen nehme ich mir gerne ein Zweitpferd dazu, was ihr einfach so ein bisschen hilft, die Angst vor Menschen zu verlieren. Aber ihre Mehle habe ich entfilzen können. Wir wollen sie jetzt nochmal kämmen. Und auch ihre Checknummer habe ich schon abgelastet. Ich lasse dafür einfach Imara als ruhigen Polen hier stehen. Ich habe hier oft einen Kontrakt sucht zum Menschen, um mir zu zeigen, dass er gar nichts ist. Ich habe hier oft einen contaminanten So, bis jetzt habe ich sie noch nie gebürstet, nur die Mehle gemacht. Da habe ich mir mal hier eine richtige Würste geholt, zeige ich dir das in dem Moment. Ich mache hier ein bisschen Würste. Okay, ich muss die so fein abreden. Mal was tun. Irgendwann zwischen. So. 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 Untertitelung des ZDF, 2020